So, gut, Aufnahme hat begonnen und weiter geht's, Part Nummer 13, die alte Windmühle, so, so. Super, das ist dann auch der letzte Part für heute. Ja, ich habe heute nur dann drei Aufnahmen gemacht, aber immerhin knapp zwischen, ja, so zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden. Oha! Hier wird's aber knapp, du. Ich glaube, das ist echt nicht so gedacht für Menschen, aber die Kleine ist ja recht flink, was das angeht, von daher, ja, ist halt Vogelgebiet, ne? Gute Nacht, Waschbär. So, wo muss ich denn lang? Da hoch. Lass mich raten, hier oben gibt's was, was ich triggern muss. Da oben ist was drin. Okay, das setze ich in Grenzen. Nein, bis... Och, egal. Naja, so egal finde ich das jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Wir haben ja noch drei Leben und irgendwo wird bestimmt noch ein Herz für die Kleine rumeiern. Von daher passt das schon. Rumeiern? Haha, Vogeleiern, weißt du? Okay, ich lass es. Hm... Hm, 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 hm. Ne, ich muss erst mal irgendwie da hoch. Hier lang. Vorsicht, manche Brücken sind alt. Blub, 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 blub. Du, 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 da. Siehste, ich hab's gewusst. Die Kleinen lassen sie nicht ohne Herzen. So. Yo. So, hier noch ein paar Her... Ah, ne, die Herzen lass ich mal. Wer weiß, wann ich die brauchen kann. Puh. Alter, was war das denn? Mieee... Cool. Ich find's genial, dass sie ihrem ganzen Körper mitfliegt, wenn sie da durch das Horn pustet. Ah, super. Ziegen Außenposten ist abgeschlossen. Okay. Ähm, will ich mal gucken, wo uns das Ding hinbringt? Da hoch muss ich. Alles klar. Da komme ich doch zurück, oder? Dahin muss ich. Alles klar. Gut, wenn mich der Hut dahin führt, alles super. Boah. Ist schon natürlich eine geile Map. Aber ist schon kann schon Tricky Mickey sein. Boah, ist das mies. Aber cool. Ich finde es genial. Also Lob an die Entwickler. Das ist ein sauberes, schönes, tolles Spiel. Auch wenn es manchmal ein bisschen ist. Gut, wo lange muss ich denn? Da lang. Das macht da eigentlich keinen Sinn. Doch. So. Ja, alles gut. Gut. So, ich muss hier lang. Dann muss ich das Horn aktivieren. Dann wieder zurück. Boah, die Kleine muss hier so... Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich persönlich als Mensch mag hier so Seilbahnen und so ein Kram. Also sehr, sehr... Ja, ich weiß. Der hatte jetzt gerade gesagt, vorsichtig, hier gibt es Katzen. Die klauen uns manchmal auch Hute. Sieht man schon. Das ist Ninja-Katzentown. Auf jeden Fall ich persönlich als Mensch mag hier auch diese Seilbahn sehr. Boah, du. Das ist mein Geld. Ich glaube, es geht los. Ähm. Von daher muss die Kleine hier... Also wenn ich jetzt die Kleine hier in diesem Spiel wäre... Boah, das ist mies. Klaut ihr einfach mein Hut? Ich glaub's nicht. Meine schöne Mütze. Ahaha, Bug! Buggedibug! Buggedibug! Oh yeah! Slidder, Schlidder, 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 Schlidder. Buggedibug! 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 Oh cool! Das ist jetzt... Cool! War ein lustiger Bug! Doch, schon lustig. So, ähm... Jo, Katzen hier überall. Pfötchen. Gibt Pfötchen, Katze, gibt Pfötchen. Die Katze denkt so... Mäu! 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 So, ein Sprechblasen. Was will der Alte von mir? Ja, wir können das überspringen. Komm, ist egal. Let's play Material. So, jetzt müssen wir den ganzen... Jetzt müssen wir den ganzen Kram hier... Zum Glück bleibt das. Auch wenn wir jetzt sterben sollten oder irgendwie zurück marschieren. Von daher... Ähm... Ups. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Aber das... Hat dir jetzt auch nicht wehgetan. Da drüben gibt's noch was? Oder? Ich weiß es nicht ganz. Ich guck einfach mal. Nö. Ist nur... Dekoration. Super, noch ein Herzchen. Und zurück. Genau wie ich mir das gedacht habe. Jetzt hier hoch. Und dann ab zu Windmühlen. Und das... Boah! Und das Zeitschick geholt. Kohle, 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 Manni, 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 Manni Also wenn du Höhenangst hast, erst mal fett runterreiern. Und dann erst mal riechst du so... Und wenn du dann fertig bist, kommt unten nur noch so Eisbröckchen raus. So, ansonsten gibt es hier nix. Das kann man auch nicht aufmachen. Also nicht von innen. Also von innen glaube ich schon. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Oh, ich habe Geld. Oh ja, neuer Anstecker. Taschengeld ausgeben. Juhu, nimm mein ganzes Geld. Ich bin ein kleines Mädchen. Nimm mir alles weg, was ich besitze. Und einen Anstecker. Yay! So, bye bye. So, hier gibt es natürlich auch wieder ganz viel zu entdecken. Boah, will ich das in den Park noch reinhauen? Ja, komm, drauf geschissen. Dann machen wir den Park einmal ein bisschen länger. Dann passt das schon von mir aus. Dann machen wir das Ding vielleicht noch mal als Premiere. Mal gucken. Ist ja... Tut ja eigentlich nicht weh, längere Parts als Premiere zu machen. Kann ich mir das selber noch mal angucken und mit euch noch ein bisschen feiern. Zumal ich so das Gefühl habe, dass die Premieren doch ganz gut ankommen. Zumindest werden sich öfters Premieren gewünscht. Ja, das ist eine coole Windmühle hier. Muss man sagen. Natürlich Wein, ne? Wird hier gemahlen. So. Ach, Mist. Aber das geht ja noch. Ja, hier musst du echt aufpassen. Ja, ist ja gut da draußen. Ach, Mist. Ja, das wird mal wieder ein schöner Spaß hier, wenn ich mir zutraue. Ähm, okay. Ah, super. Klappt. So. Ja, ist natürlich hier ein schöner Spaß. Im Sinne von wirklich fetter Parcours. Aber ein schönes Level. Schönes, schönes Level, muss ich sagen. Also, im Vergleich zum Subkornwald gefällt mir das jedoch sehr. Hallo Spinne. Tschüss Spinne. Kann ich leider nicht gebrauchen. Hier ist noch ein Herzchen. Dass wir uns auch einsammeln. So funktioniert also eine Mühle im im, 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 im Inneren. Ist natürlich jetzt auch nur natürlich nicht real, ne. Das ist klar. Uiuiui. Boah, hier musst du aber echt auf Zack sein, sonst bist du ganz schnell sonst war es das ganz schnell. Okay, 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 okay. Hier kommst du hoch. Okay, hier wird geschaufelt. Checkpoint. Oh, super. Nein! Nein, 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 nein! Och, Mist. Ich habe erst gedacht, die zerquetschen mich und dann, nein, 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 und dann, pfff, und dann, oh, nee. So, okay. Ja gut, macht ja nix. Wir sind ja nicht komplett runtergefallen. Boah. Ich versuche das natürlich jetzt nicht in die Länge zu ziehen. So, hier rüber. Kamera ist mal wieder mein bester Freund. Und, was geht mit der Kamera. So, da ist ein Hut Garn. Die Frage ist, möchtest du diesen Garn besitzen? Ja, möchte ich eigentlich. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Jo, das gab erst mal Money. So, ähm, ist die Frage, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Jo, ich habe es irgendwie geschafft. Na gut, oh, super. Super duper. Jo, gut, die Kleine hat es drauf. Kannst aber sagen, was du willst. Wo muss ich denn da lang? Hier, nach links. Boah. So, ist die Frage. Misch, schien. Ah, okay, okay, okay. Boah, ist das mies. Boah, das war ja richtig... Also, es ging jetzt super, ne? Aber das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Schaffe ich das so da rüber? Ja. Blöd machen muss das nicht kaputt, wie eine Granate. Boah, ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist aber mies. Checkpoint. Oh, super. So, weg mit dem bösen Vögel. Ih, Spinnennetze. Und dann noch so große. Tun die weh? Ne, die machen sie nur so einen Oblikatok. Stimmt, hatten wir ja beim Subconvite auch. Boah, ist das mies. Na, das geht auch ohne. Ist klar. Boah. Uiuiui. Okay. Ich kann da lang oder ich kann da lang und was? Wenn schon richtig... Wenn schon sick, dann richtig sick. Ach, da muss ich auch noch... Boah, da muss ich auch noch lang. Boah. Wie hab ich denn das geschafft? Ballon! Ah, super. Zum Glück nehm ich im Sitzen auf und nicht im Stehen. Das mach ich nämlich auch manchmal. Aber hier würde ich ja echt abkacken, ey. Oh ja, hier so ein crazy Egg. Aua. Boah, das war mies. Zweimal runtergefallen wegen diesem scheiß Ei. Sag doch, Eier sind nicht gut. Kleine vertrickt das... Vertrickt die Eier nicht. So. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Die berühren entweder bei... Ach, nö. Ach, nö. so, der gibt ähm, ähm, okay, 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 okay das ist Zeitstück, gibt's da irgendwas, nein, gibt's nicht dann wieder zurück, oh super, wenigstens hab ich ein paar Herzchen bekommen und noch ein Herzchen oh, die sind doch nicht so grausam nein oh, zum Glück zum Glück ich dachte, ich müsste, äh, ja, ich find's gut, dass es mit den verschiedenen ähm, Dingsbums hier so wunderbar von Stotten geht, weil, wenn nämlich einmal hier runterfällt, dann ist aber dann ist die Luzi aber am Laufen, dann geht's aber rund äh wenn man das nämlich alles nochmal neu machen muss dann, da, äh, flippt der Graf wieder vollkommen aus ich hab doch ich stand doch, ey, ich stand doch auf diesem blöden auf dieser doofen Plattform, ich stand doch da drauf ganz langsam nichts überstürzen, Mädchen wir schaffen das in aller Ruhe in aller Ruhe super hier sind wieder Spinn Vorsicht Vorsicht super hier sind wieder zwei boah, ist das mies alter, Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint Kamera, bitte so rum, danke Mist Mist aber zum Glück nicht runtergefallen oh, Mädchen okay, okay, okay hier, oh, ist das mies boah keine Ahnung, warum der Checkpoint hier so doof gesetzt ist aber gut, dann hol ich mir nochmal Alter, wo muss ich denn da hoch muss ich echt hier ist das mies ist das mies oh, Leute das ist aber gemein das ist oh, ist das mies so, jetzt hier hoch liegt wahrscheinlich aber ich weiß nicht ich will entweder den Hut aufsetzen oder den hier der ist auch ganz die sind alle ganz cool so, die Frage ist wo gehe ich jetzt am besten lang boah Leute, ne als Premiere kommt der Part nicht boah ah, super du hast die Windmühle abgeschlossen oh, wunderbar ist schick auch für heute oder für jetzt erstmal boah so, jetzt fliegt wieder so eine Spore in die Nase der anderen Ziege boah, Leute so, erstmal zum Hub ja, speichern und zurück Leute, vielen Dank für's Zuschauen bis zum nächsten Mal bis zur nächsten Session etc, etc haut rein tschaui